Die tatschikische Sprache ist eine in Zentralasien gesprochene moderne Varietät des Persischen. Tatschikisch hat sich aufgrund politischer Grenzen sowie durch den Einfluss des russischen und der benachbarten Turk-Sprachen von den in Iran und Afghanistan gesprochenen persischen Dialekten abgespalten. Klassifikation Der ISO 639 Code für Tatschikisch ist TG, der SIL Code ist PET. Die Klassifikation laut Ethnolog ist Indo-Germanisch-Indo-Iranisch-Iranische Sprachen südwestliche Untergruppe persisch-tatschikisch. Sprecherzahl und Verbreitung Mangels exakter Bevölkerungsstatistiken existieren nur ungenaue Schätzungen über die Anzahl tatschikischer Muttersprachler. In Usbekistan wird die Zahl der tatschikisch sprechenden Bevölkerung beispielsweise deutlich höher geschätzt als die offiziellen Zahlen der usbekischen Regierung angeben. In Tatschikistan sprechen knapp 3,2 Millionen Menschen diese Sprache. In Usbekistan rund 933.000. In Kirgizistan bekennen sich über 33.000 und in Kasachstan über 25.000 Menschen zur tatschikischen Sprache. In China leben in den westlichen Grenzgebieten noch rund 26.000 Tatschiken. Tatschikisch zerfällt in zahlreiche Dialekte. Seit den 1920er Jahren entfernte sich das Tatschikische immer weiter vom Persischen des Iran. Die moderne tatschikische Schriftsprache unterscheidet sich vor allem durch die umfangreichen lexikalischen Übernahmen aus dem Russischen von der Schriftsprache des Irans oder Afghanistans, dem sogenannten Dari. Die Dialekte unterscheiden sich heute in der Lautung und im Sprechrhythmus, aber auch deutlich in der Grammatik von den Mundarten des Persischen im Iran oder in Afghanistan. Das Tatschikische ist aber auch seit Alters her von den verschiedenen turko-tatarischen Sprachen in Turkestan beeinflusst worden. Hinsichtlich der gegenwärtigen Sprachsituation muss vor allem zwischen der tatschikischen Standardsprache in Tatschikistan, Usbekistan, Kirgizistan und Kasachstan einerseits und den in Afghanistan und im Iran gesprochenen Sprachformen andererseits unterschieden werden. Die Sprachbezeichnung Tatschikisch ist nur für die erstgenannte allgemein üblich, während in Afghanistan die Volksgruppe zwar als Tatschiken, die Sprache jedoch als Persisch oder Dari bezeichnet wird, Alphabete. Die in Tatschikistan sowie in Usbekistan, Kirgizistan und Kasachstan verbreitete tatschikische Standardsprache verwendet im Gegensatz zur persischen Sprache Irans und Afghanistans nicht das persische, sondern das kyrillische Alphabet. Bis in die 1920er Jahre wurde das persische auch in den Ländern des Russischen Reiches bzw. der Sowjetunion mit dem arabisch-persischen Alphabet geschrieben. Die in der Region verwendete Sprachform unterschied sich lediglich in einzelnen Punkten des Wortschatzes, der Syntax und der Aussprache der in der arabischen Schrift ohnehin nicht vollständig wiedergegebenen Vokale von der in den anderen persischsprachigen Ländern verwendeten Schriftsprache. Im Rahmen der allgemeinen Umstellung der Schriften der zentralasiatischen Turksprachen in der Sowjetunion wurde zur Jahreswende 1928-29 auch für die nicht-türkische-tatschikische Sprache das lateinisch-basierte einheitliche Alphabet eingeführt, das schließlich im Winter 1939-40 durch ein modifiziertes kyrillisches Alphabet ersetzt wurde. Die Umstellung hatte einerseits zum Ziel, durch die Einführung einer einfacheren, der Sprache angepassten Schrift den Analphabetismus zu bekämpfen. Andererseits zielte die Reform darauf ab, die engen Bindungen der zentralasiatischen Völker zur persischen und arabischen Kultur und besonders dem Islam durch die Abschaffung der Schrift, des Koran, zu lösen. Im Zuge des wachsenden tatschikischen Nationalismus wurde schon vor der Unabhängigkeit von der Sowjetunion 1989 ein Gesetz verabschiedet. Das Tatschikisch zur Staatssprache erklärte und dazu aufrief, das kyrillische Alphabet wieder durch die arabische Schrift zu ersetzen. Die angestrebte Rückkehr zur arabischen Schrift konnte sich jedoch nicht durchsetzen. Lediglich eine kleine Minderheit in Tatschikistan beherrscht heute neben dem Kyrillischen auch das arabische Alphabet. Durch eine Rechtschreibreform wurden 1998 die vier Buchstaben und abgeschafft. Die ersten drei kamen nur in Lehnwörtern aus dem Russischen vor, der letztgenannte auch in redundanter Position in einheimischen Wörtern. 1. Am Wortanfang und nach Vokal je je nach Konsonant e. 2. Am Wortende und vor folgenden Konsonanten i i vor folgendem Vokal j j. 3. Zwischen Vokalen s s sonst s. 4. Diese Buchstaben kamen nur in Lehnwörtern aus dem Russischen vor. Durch die Rechtschreibreform von 1998 wurden sie abgeschafft. 5. In Wörtern arabischer Herkunft nach Konsonant, nach Vokal bewirkt es eine Dehnung des vorangehenden Vokals. In Wörtern russischer Herkunft nicht gesprochen. 6. Zu sowjetischer Zeit wurde zwischen Konsonant und einem folgenden in einheimischen Wörtern immer geschrieben. Außerdem kam es in Lehnwörtern aus dem Russischen vor. Durch die Rechtschreibreform von 1998 wurde es ersatzlos abgeschafft. 7. Nur am Wortanfang und nach Vokalen in anderen Stellungen wird geschrieben. 8. Wird nur am Wortende für Betontes aus Lautendes verwendet, um es von Unbetontem zu unterscheiden. 9. In Wörtern im 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 Wör